Schimmel im Backmalz, das will keiner haben. Und wie ihr das vermeiden könnt, zeige ich euch zum einen in diesem Video, aber auch wie ihr inaktives bzw. aktives Backmalz macht, was die Unterschiede sind. Und hier sind meine fertigen Dinkelkörner, die jetzt noch gemahlen werden. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser Kanal. Heute ist es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, und ich beginne am Vortag abends, indem ich das Sieb, was ich gleich benutze, um die Körner zu spülen, einmal richtig heiß auswische. Sauberkeit ist wirklich das A und O. Wenn ihr Backmalz herstellt, wascht einmal vorher eure Hände ab und dann die Gerätschaften vorher nochmal heiß ausspülen. Da habe ich wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Mein Weizenbackmalz gelingt mir immer. Beim Dinkel habe ich ein bisschen Pech gehabt, komme ich aber gleich zu. So, das Wasser mache ich jetzt nochmal wieder zimmertemperatur warm bzw. kalt. Und jetzt kommt der Hauptprotagonist. Das sind heute bei mir Dinkelkörner. Das Backmalz könnt ihr herstellen aus Gerste, Roggen, Weizen. Ich nehme jetzt einfach Dinkel. So, das habe ich diesmal aus dem Reformhaus. Ich habe vorher mal Dinkelkörner aus dem Bioladen geholt, habe es zweimal versucht. Das hat einfach nicht geklappt. Das liegt aber durchaus auch mal am Dinkel. Bei Weizen habe ich diese Probleme noch nie gehabt, egal wo ich die Körner besorgt habe. Bei Dinkel jetzt die ganze Zeit. Es ist das dritte Mal, dass ich das jetzt ausprobiert habe. Und ich bin aber dran geblieben, weil ich euch das unbedingt zeigen wollte. Und außerdem möchte ich zwei verschiedene Varianten vom Backmalz haben. Es gibt enzymaktives Backmalz und enzyminaktives Backmalz. Den Unterschied erkläre ich euch gleich. Ich habe jetzt meine Dinkelkörner gespült und bedecke sie jetzt so weit mit Wasser, dass sie so einen halben bis einen Zentimeter abgedeckt sind mit Wasser. Und das stelle ich jetzt zur Seite. Decke es mit einem dunklen Tuch ab oder stelle es in einen dunklen Raum und lasse es zwölf Stunden bei Zimmertemperatur einweichen. So, nächster Morgen gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, außer da sind so zwei Körner, die da eigentlich gar nicht hingehören. Das sind keine Dinkelkörner, aber das macht nichts. Das kann passieren, da ist jetzt auch nichts Schlimmes mit dabei. Das Wichtigste, was ihr immer machen müsst, alle zwölf Stunden ist das Spülen. Aber vorher gucken wir mal. Wisst ihr, was das für Körner sind? Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich spüle das Ganze aber jetzt erstmal aus. Das Wasser könnte man auch zum Blumengießen verwenden. Wir haben gar nicht so viele Blumen, dass ich das ganze Wasser verwenden konnte. Deswegen habe ich es nicht getan, also verzeiht mir das bitte. So, einmal gut durchspülen. Ganz, ganz wichtig, nicht nur durchspülen, sondern auch dabei wenden. Denn durch die Bewegung und das Spülen könnt ihr zum einen auch nochmal andere Kerne entdecken. Und ihr verhindert somit auch nochmal die Schimmelbildung. Also ganz, ganz wichtig, ständiges Wenden alle zwölf Stunden mit einem gründlichen Spülen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das reicht jetzt völlig. Ich gucke immer, dass ich so ein bisschen noch die Körner am Rand abspüle. Und das Ganze lasse ich jetzt noch ein paar Minuten in meiner Spüle stehen, dass es wirklich abtropft. Nimm einen Teller und dann habe ich einen Abstellraum bei uns. Der ist dauerndunkel, da lasse ich das stehen. Ihr könnt es auch abdenken mit einem Tuch. Und zwölf Stunden später sieht das Ganze so aus. Ein bisschen Feuchtigkeit hat sich gebildet, das ist aber nicht dramatisch. Und jetzt spüle ich das Ganze wieder durch. Ja, guck mal, noch so ein Körnchen. Es sind vier Körner gewesen, Wahnsinn! Ist ja nicht schlimm. So, das Ganze ordentlich und gründlich durchspülen. Ich habe dieses Video tatsächlich ein bisschen länger gemacht als mein Weizenbackmalz, weil es doch einige Ungeklärtheiten gibt. Und das möchte ich wirklich ausführlich in diesem Video besprechen. Diese Körner sind aber erstmal durchgespült. So sehen sie aus. Man kann es vielleicht an einigen Spitzen erkennen. Da platzt schon ein bisschen was auf. Ich decke es wieder ab. Ab in den Abstellraum, dunkel gehalten. Zwölf Stunden später, der zweite Tag. Ja, gucken wir mal, was sich da gebildet hat. So, und während ich jetzt hier das spüle und ihr den Körnern beim Wachsen bzw. beim Keim zuschauen könnt, erkläre ich euch ein bisschen was zum Backmalz. Also, es gibt enzymaktives Backmalz und enzyminaktives Backmalz. Letzteres habe ich euch schon gezeigt bei meinem Weizenbackmalz. Das heißt, es wird zum Keim gebracht, dann getrocknet und dann bei 170 Grad geröstet. Dann wird es fein gemahlen und ihr nehmt ungefähr 30 Gramm auf einem Kilo. Das sorgt dafür, dass es schön eingefärbt wird, das Gebäck bzw. auch so eine Karamellnote bekommt. Also sehr, sehr lecker, tolle Kruste. So, und bei enzymaktiven Backmalz. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist ein helles Backmalz. Das liegt daran, dass es nur bei maximal, wirklich maximal 50 Grad geröstet wird. Also 35 bis 50 Grad. Ich habe zwar irgendwo mal 75 Grad gelesen, da bin ich mir aber wirklich nicht sicher, ob das so richtig ist. Es wird vorher genauso getrocknet und dadurch, dass es nicht geröstet wird bei so hoher Temperatur, bleibt es natürlich hell. Aber ihr könnt nicht alles überall in gleicher Menge benutzen. Und das liegt an folgendem. Dieses enzymaktive Backmalz. Das ist wirklich richtig klasse. Zumindest dem Hörensagen. Das werden wir ja demnächst mal ausprobieren. Es gibt Mehle, die sehr gut dazu passen. Dazu gehört Weizen, Dinkel, Kamut. Dafür habe ich übrigens eine Anfrage, dass ich dazu auch mal was zeige. Ein Korn und Emmer. Damit habe ich ja schon fast alles gebacken, bis auf dieses eine. Und die haben eine niedrige Enzymatik, nennt man das. Das bedeutet, von sich aus wird hier nicht so viel Stärke vom Mehl beim Gärungsprozess gespalten, wie eigentlich nötig ist. Und durch dieses enzymaktive Backmalz helft ihr dem natürlich. Das heißt, dieses Backmalz bringt nun die entsprechenden Enzyme, die es braucht, um die Stärke in Einfachzucker umzuwandeln. Und den Einfachzucker kann die Hefe dann wieder verwerten und dadurch gärt es wieder besser. Der Teig wird schön geschmeidig, geht sehr gut auf und die Zuckerstoffe sorgen dann auch nochmal für eine schöne Bräunung. So und wenn ihr aber Vollkorn- oder Roggenmehl verwendet, ist das wieder was ganz anderes. Denn diese Mehle haben eine sehr hohe Enzymatik. Das bedeutet, dass da einfach zu viele Enzyme sind und das bringt das mit sich, dass zu viel Stärke abgebaut wird. Also die sind zu produktiv, also ist das wieder kontraproduktiv. Und deswegen werden diese Backwaren einfach klitschig und das ist nichts, was wir wollen. Deswegen nehmt ihr bei Roggenmehl das enzyminaktive Backmalz. 30 Gramm auf ein Kilogramm Mehl. Und das bringt dann die schöne typische Färbung, also dieses bräunliche, den leckeren, charakteristischen Geschmack. Und das ist das, was wir haben wollen. So, das ist doch mal wichtig zu wissen, oder? Guckt mal und hier meine Körner. Ich glaube, die sind bald soweit. Sie sind kurz davor fast grün zu werden. Ich lasse jetzt nochmal zwölf Stunden stehen und dann gucken wir mal, ob wir das mit dem enzymaktiven Backmalz mal hinbekommen. Und wenn ihr wollt, dass ich das wirklich einmal ausprobiere und teste, wie sich das enzymaktive auswirkt, das inaktive und auch vielleicht mal den Test mit beiden zusammen. Da muss ich natürlich ein passendes Rezept mir aussuchen, dass das was ordentliches wird. Dann lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Da freue ich mich wirklich drauf. So, guckt mal. Ach doch, das sieht gut aus. Das lasse ich jetzt aber doch nochmal ein bisschen stehen. Und dann denke ich, können wir ein bisschen weiter anfangen. Und ich möchte mich jetzt hier nochmal eben bei meinen Mitgliedern bedanken. Toll, dass ihr dabei seid, dass ihr mich hier unterstützt. Seit einiger Zeit biete ich das ja an. Und das mache ich zum einen, weil ich dadurch noch viel bessere Videos machen kann. Aber auch zum anderen, weil ich euch noch ein bisschen mehr wiedergeben kann. Das heißt, ihr habt noch so ein paar Boni, die ich euch da gebe. Und wenn du genau das dazu wissen willst, schau mal unter diesem Video. Da ist alles verlinkt. Und wenn du noch mehr haben willst von diesen Videos, den Informationen, den Rezepten oder manchmal auch so lustige Einkornbrotvideos, die mich zum Wahnsinn bringen, verlinke ich oben rechts. Dann abonniere den Kanal, gib mir einen Daumen hoch. Ich freue mich riesig und teile das Ganze. So, ich hatte mein Backmalz jetzt auf drei Backblechen verteilt. Dafür hat das gereicht 500 Gramm. Ich habe es bei 50 Grad Ober- und Unterhitze getrocknet, so circa zwei Stunden lang. Dabei habe ich das so gemacht, dass ich so einen Holzlöffel in den Backofen gegeben habe, also beziehungsweise in die Tür, dass die Tür nicht richtig zugeht, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Aber auch ein bisschen Wärme, damit es nicht zu warm wird. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich finde, das kann sich sehen lassen für das erste Mal. Und verzweifelt nicht bei Dinkel. Es ist anstrengend, aber es lohnt sich auf jeden Fall. So, und ich habe jetzt hier meine tolle Gewürzmühle. Das ganze Equipment, was ich nutze, findet ihr unter diesem Video verlinkt. Da habe ich sogar meinen Kühlschrank. Guckt euch den mal an. Der ist der Hammer. Ich liebe den wirklich. Der ist richtig schön groß und total praktisch. Ich muss den nie entfrosten. Kann ich euch empfehlen. Wirklich ganz toll. So, hier meine Gewürzmühle. Das geht jetzt ab in die Küchenmaschine. Zack. Ich glaube, ich brauche irgendwann mal eine größere Mühle. Da arbeite ich noch dran. So. Und das mühle ich jetzt hier so lange. Mühle. Vielen Dank, liebe Emma, dass du uns heute mal Deutsch erklärst. Das heißt, ich male. Ich kann euch gar nicht sagen. Es gibt so Tage, wenn ich das Video vertone. Da ist mein Deutsch wirklich not very best. Das ist der Hammer. Ich sitze hier manchmal. Ich habe euch ja schon mal angeboten, Outtakes zu machen von meinem Verton. Also manchmal könnte man mich wirklich einweisen. Ehrlich, ohne Spaß. So, das lasse ich aber jetzt drin. Egal. Also, ich mache jetzt hier weiter mit dem Malen. Ich habe hier ausnahmsweise und ich muss das wirklich gestehen. Ich hasse das wie die Pest. Ich habe da unten eine Plastikdose. Wir haben in unserem Vorratsraum Räumchen. Das ist kein richtiger Raum. Das ist ein Zustand. So ein ganz schwaches Regal. Würde ich da meine Pyrex Behälter hinstellen aus Glas oder die von Silit. Die würden umkippen und ich hätte ein schönes Glasmassaker. Das möchte ich nicht. Das heißt, das einzige Plastik, das ich tatsächlich verwende, sind diese Vorratsschalen, wo ich meinen getrockneten Sauerteig, Roggen, Dinkel und Weizen habe. Wo ich meinen getrockneten Lievito Madre habe. In Turbo und in langsam. Und auch mein inaktives und jetzt auch mein Enzymaktives Backmalslagerer. Wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. So und jetzt zeige ich euch hier auch schon mal wesentlich, zumindest optisch hier mal den Unterschied. Hier ist mein Weizen Backmalz. So mit den 500 Gramm komme ich ungefähr ein Jahr aus. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel ihr damit backt. So und hier ist mein Dinkel Backmalz. Das ist doch wirklich ein riesen Unterschied, oder? Also ich freue mich schon auf die nächsten Videos, die ich damit backe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr seht jetzt auf dem Bildschirm weitere Videos. Ich sende euch ganz herzliche und liebe Grüße. Eure Emma 3 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020